guten tag und herzlich willkommen heute zu unseren gameswelt news mein name ist felix und ich habe mal wieder vier nachrichten für euch die euch hoffentlich interessieren ich fange ein bisschen an mit call of duty black ops 4 da gab es jetzt ein update das ein paar änderungen mit sich bringt vor allen dingen auch für die blackout map dann habe ich noch ein bisschen was zu beyond good and evil 2 da gibt es eine fast halbstündige präsentation wo man endlich ein bisschen mehr vom gameplay sieht außerdem gta online hat ebenfalls ein update erhalten mit einem neuen spielmodus der so ein bisschen an mad max erinnert und dann gibt es noch capcom mit monster hunter world die haben eine erste erweiterung angekündigt seit heute gibt es ein großes update für call of duty black ops 4 das auch viele änderungen für die karte bei blackout also beim battle royale modus mit sich bringt zum einen wird die karte hijackt also dass diese jacht die man von call of duty kennt in die blackout karte integriert ist dann glaube ich im nordwesten zu finden außerdem gibt es auch ein neues fahrzeug das auch noch einen kleinen geschützturm drauf hat mit dem man dann ballern kann also der zweite spieler dann soweit ich das gesehen habe dann gibt es noch weitere änderungen auf der karte die bäume sehen jetzt alle so ein bisschen herbstlicher aus sind so rötlich gelblich überhaupt ist das feeling eher winterlicher generell soll an der karte hier und da noch ein bisschen getweakt und geändert worden sein auch grafisch soll es ein bisschen besser aussehen und dann ist es jetzt auch so dass man endlich seine rüstung reparieren kann wieder auch das wurde endlich integriert fans haben da schon lange nachgefragt außerdem gab es auch noch änderungen bei call of duty black ops 4 im normalen multiplayer modus noch mehr personalisierungskram weil das ist jetzt drin einfach mal loszocken und selber anschauen zu beyond good and evil zwei gibt es endlich material für euch da draußen und zwar richtig viel da hat ubisoft gestern einen stream abgehalten der ging so um die jahr fast eine halbe stunde lang und da sieht man wie die entwickler über beyond good and evil 2 sprechen und dann eben auch spielen und zwar den kram den sie uns auf der e3 gezeigt haben und das sollte man sich wirklich mal reinziehen ist ziemlich abgefahren da kriegt man richtigen ja gefühl für die größe dieses spiels weil man da erst in so einer stadt unterwegs ist und dann in den weltraum fliegt und sieht da diesen riesigen planeten schaut euch das einfach mal an ist wirklich sehr sehr interessant geht hier online hat mal wieder ein update erhalten und das bringt einen neuen spielmodus namens arena war mit sich dieser spielmodus ist dann für 16 leute und sind quasi gladiatoren kämpfe in der maze bank arena und da kriegt man dann auch ziemlich abgefahrene fahrzeuge an die hand mit dem man auch ordentlich ja krieg betreiben kann zwölf neue fahrzeuge wurden da ins spiel integriert und es gibt dann sieben unterschiedliche spielmodi die man dann innerhalb dieses arena wars spielen kann wie zum beispiel carnage oder flag war ja man sieht schon rockstar die geben trotz red dead redemption 2 online auch gta 5 online immer noch nicht auf capcom hat zum monster hunter world jetzt eine neue oder eine erste große erweiterung angekündigt diese wird eisborn heißen und soll im herbst 2019 kommen ist noch ein bisschen hin also es wird dann eine neue schneegegend innerhalb des spiels geben und story technisch ist das ganze alles nach der hauptstory des spiels angesiedelt es soll auch ein neuer monster rank mit eingeführt werden damit das ganze wahrscheinlich noch fordernder wird aber man braucht natürlich das hauptspiel um diese erweiterung spielen zu können weitere infos soll es dann im frühling nächsten jahres geben das waren die gameswelt news für heute ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch noch einen wunderbaren tag und wir sehen uns morgen wieder ciao